Vergangenheit 2 Musstest du einen Krankenwagen rufen? Musstest du den Arzt rufen? Musstest du die Polizei rufen? Do you have the Telefonnummer? I had it just now. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Do you have the address? I had it just now. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Do you have the City Map? I had it just now. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Did he come on time? He could not come on time. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Did he find the way? He could not find the way. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. Did he understand you? He could not understand me. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen. Why could you not come on time? Warum konntest du nicht pünktlich kommen? Warum konntest du nicht pünktlich kommen? Why could you not find the way? Warum konntest du den Weg nicht finden? Warum konntest du den Weg nicht finden? Why could you not understand him? Warum konntest du ihn nicht verstehen? Warum konntest du ihn nicht verstehen? I could not come on time, because there were no buses. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. I could not find the way, because I had no city map. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. I could not understand him, because the music was so loud. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Ich musste das Radio ausschalten.